Das kleine Unglück hier, den ich heute von der Straße geholt habe. Komm her, mein Schatz. Er schaut einfach katastrophal aus. Er geht katastrophal. Seine Beinchen, es sieht man, wie die noch kaputt sind und das Gelenk geschwollen ist. Wahrscheinlich hat er ein gebrochenes Beinchen gehabt oder was, man weiß es nicht. Und wir haben ihn gegen Räude behandelt und Dermatitis und ein Blutbild gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Seine Zähne sind erstaunlich gut. Oder wenn er ausschaut wie 100, dürfte er wahrscheinlich nicht älter als 5 oder 6 Jahre alt sein. Na komm her, Balerka. Na komm, kleiner Puppe. Ja, komm her. So ein hässliches Wundchen. Ein hässliches kleines Wundchen. Ein Otthematum hat er und da sieht man, wie seine Haut ausschaut. Ich kann das nicht offen mäßigen. Das ist über den ganzen Körper so. Aber überall Wunden, die offen sind und Liege schwelen. Ich weiß nicht, wie haben die Hunde hier gehalten. Das ist hier ganz normal. Komm, mein Schatz. Komm. Ja, feiner Puppe. Na komm, wir gehen. Wir gehen. Flöhe hat er auch natürlich ohne Ende. Na komm. Wieso nicht gewundert alleine zu gehen, gell, mein Schatz? Ja. Kennt sich gut.